Autumn is the perfect time for journaling, isn't it? Der Herbst ist doch die schönste Zeit fürs Journaling, oder was meinst du? Hi, my name is Luise Heinzel and today I would like to take you with me through this junk journal spread process. I hope you will enjoy it. Hallo, mein Name ist Luise Heinzel und heute möchte ich dir zeigen, wie ich diese herbstliche Seite in meinem Junk Journal gestaltet habe. Ich hoffe, es gefällt dir. So, for the first thing, I put some white jesso on my pages to make them a little bit more muted. On the left side you can see this maritime look. I didn't like that and I wanted to bring that a little bit to the background. Als erstes habe ich die Seiten mit etwas weißem Jesso bestrichen, um vor allen Dingen auf der linken Seite dieses maritime Muster etwas in den Hintergrund zu bringen. In the next step, I took some matte medium and glued this paper scraps from some ledger paper. As you can see, there's some brush show and some inks on it. I took this for distressing and to protect my desk and so I have a cool thing for collaging, as you can see here. Als nächstes habe ich dann mit etwas matt medium dieses Paper Strap, wie sagt man auf Deutsch, diesen Papierschnipsel aufgeklebt, aus so einem alten Haushaltsbuch. Den hatte ich vorher benutzt als Unterlage, um einige Tags und so weiter zu distressen, also so ein bisschen auf alt zu trimmen. Da ist ein bisschen brush show, Farbe drauf und so weiter und da hat man dann gleichzeitig nicht nur einen Schutz für den Tisch, sondern auch einen schönen Hintergrund, den man zum Collagieren benutzen kann. In the next step, I added some washi tape, so this is a really cute washi tape. It has some words on it and I really, really like it. I bought it on an online flea market the other day, the same as this reindeer washi tape and it's really, really cute and I love it for this background collaging. Als nächstes habe ich ein bisschen washi tape aufgeklebt. Dieses washi tape habe ich mal bei ebay Kleinanzeigen gekauft und ich bin so verliebt in dieses washi tape. Es ist so wunderbar geeignet, um Hintergründe zu collagieren. Also ja, wie ihr seht, schaut es ganz cool aus. Als nächstes habe ich mir dann dieses mason jar, dieses Einweckglas genommen aus meinem eigenen Ephemera Kit. Das ist das Fall in Love Ephemera Pack in der Vintage Edition, also mit ganz herbstlich gemüteten, ja, wie sagt man da, so etwas leichteren Farben. Und ich habe jetzt hier auch dieses Glas ein bisschen drumherum mit, zuerst mit Vintage Foto von Tim Holz Distressed und dann noch etwas von diesem Distress Oxide auch in dem Vintage Foto Farbton, damit es ein bisschen dreidimensionaler aussieht. So, this mason jar comes from my Ephemera Pack that's called Fall in Love Vintage Edition and I distressed it with some Tim Holz Distress Inks and in the second step with these Distress Oxides to give this mason jar a little bit more of a three-dimensional look. In the next step, I took some fuzzy cut images that I had in my stash from some botanical books, as you can see, these mushrooms and some other things and I laid it down to my page to see what could be a good combination. And ja, sometimes I have to do this really carefully because I don't want to overload this page. And the plan is to make a belly band out of this mason jar. So, yeah, I also want to show that you don't have to glue the mason jar completely so that you can use it really versatile and, yeah, make something like a belly band or a pocket tuckspot or something like that. So, in this case, a belly band. Dieses Einwertglas möchte ich jetzt als Bellyband aufkleben, also so, dass man etwas dahinter stecken kann. Dafür habe ich mir erst mal so ein paar ausgeschnittene Bilder aus botanischen Büchern genommen, die ich noch irgendwo rumliegen hatte, die ich schon mal irgendwann ausgeschnitten habe und habe mir die mal so hingelegt, wie ich mir vorstelle, dass das ganz gut aussehen könnte und auch hier versucht, ein bisschen eine Dreidimensionalität in diese Seite zu bringen. Ich hoffe, dass es mir gelungen. Und dann habe ich das mason jar, also dieses Einwertglas, nur oben und unten festgeklebt, so dass man später noch was dahinter stecken kann. Auf der rechten Seite dieser Seite habe ich mich entschieden, unten diese kleine Tasche aufzukleben. Zuerst habe ich gedacht, ich lasse die einfach so, wie sie ist. Entschuldigung, weil der Hintergrund ja auch relativ hell ist. Ihr werdet in einer Sekunde sehen, dass ich mich da noch umentschieden habe. Ich habe die dann erstmal an den drei Seiten festgeklebt, so dass eben oben diese Tasche bleibt, so dass man was dahinter stecken kann. Und wie du hier siehst, habe ich mich dann entschieden, das doch noch zu distressen, weil es mir einfach ein zu großer Kontrast war zu dem mason jar auf der linken Seite. Das ist nicht zu empfehlen, das so zu machen, weil das sehr friemelig ist. Aber wie ihr seht, es geht. So, as you can see, I changed my mind und distressed this pocket as well. Es ist nicht so easy, wenn es bereits glued ist, so please do that before you glue it, nicht wie ich es hier habe. Dann ist es wirklich, wirklich easy. Aber wie Sie sehen, es ist auch möglich. This journaling card comes from my ephemera pack as well. And I always have a little problem with this blank back side of this journaling cards or ephemera in general. So, here I would like to show you a really simple solution, how you can back a journaling card that you have from a digital printable ephemera pack, for example, and you printed it on your paper, the paper of your choice, and the back side is white. So, you can take leftovers from some ledger paper or other printables, put them to the back side and sew around. So, I did this without gluing and you have a really cool background for your card. Wie ihr gesehen habt, habe ich auf die Rückseite dieser Journaling-Karte einfach ein paar Überbleibsel genäht. Ich habe die nicht festgeklebt, sondern einfach nur draufgelegt, unter meiner Nähmaschine durchgeschossen und dann habe ich einen schönen Hintergrund, auf dem ich schreiben kann. Das ist ja bei den ausgedruckten ephemera Teilen immer ein bisschen blöd, wenn die Rückseite weiß ist. Das ist jetzt zum Beispiel eine Lösung. Und dann habe ich ein schönes Zitat von Disney gefunden. Das seht ihr hier, wo ich mir gedacht habe, das passt wunderbar dazu. Ich habe das irgendwo gefunden und habe mich sofort in dieses Zitat verliebt. Habe ich also das da drauf geschrieben. Und dann habe ich auch diese drei Tags, auch aus meinem ephemera Pack. Hier zeige ich euch, wie ihr die hinter dieses Bellyband stecken könnt, sodass ihr sie dann auch da noch beschriften könnt. So, these three Tags are an example, how you can use this Bellyband, that you could see before, that I created here. You can journal on this little Tags and then put them behind this little Mason jar. And yeah, it's something like a hidden journaling space that you can use for whatever you want. In the end, I thought this page is a little bit naked and not detailed enough for me. So, it was a little bit rough. So, I decided to stamp with this green ink and this dot stamp. And now, I think I'm really happy with this. Am Ende habe ich gedacht, das ist jetzt mir noch nicht detailliert genug. Deswegen habe ich da noch ein paar so Stempel drauf geknallt. Ich hoffe, es gefällt euch. So, this is my finished page. I hope you liked it. If yes, please give this video a thumbs up. Subscribe to my channel. Follow me on Instagram. You will find all the informations down below in the description box. I would be really happy to see you somewhere else. And see you the next time. Bye bye. So sieht sie also aus, meine fertige Seite. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen hoch für dieses Video da. Abonnier gerne meinen Kanal. Drück das kleine Glöckchen. Und vielleicht möchtest du mir noch woanders folgen. Auf Instagram oder wo auch immer. Du findest alle diese Informationen unten in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns irgendwo wiedersehen. Und wenn wir uns vor allen Dingen zum nächsten Video wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wünsche ich dir eine richtig geile Zeit. Bleib gesund und viel Spaß bei was auch immer du tust. Tschüss. Tschüss. K conducted Musik Vielen Dank.